Hallo, der Herzlich Willkommen, liebe Freunde der gepflegten Halloween-Unterhaltung. Ja, und ihr seht richtig, es ist das Halloween-Special. Hardcore Nightmare 2 in ganz komplett neuer Ausführung, mit spannenden neuen Mods, viel anders als vorher, deutlich anders. Und es macht umso mehr Spaß, aber es ist auch umso schwerer, denn es gibt lustige Modifikationen wie den Epic Siege Mod, wodurch halt Monster auch ein bisschen aggressiver werden und sich zu einem durchbauen wollen oder hochbauen oder was weiß ich. Also, die Monster tun alles, um zu einem zu gelangen. Das macht das Ganze richtig schwer. Wir spielen mit dem Resource-Pack Halloween-Pack von Future Azu, wie auch in der Videobeschreibung gezeigt. Hier sind noch ganze andere Sachen, die ich privat sonst nehme, aber für heute nicht. Und das Pack gibt es auch zum Download über den Technik-Loungeer, damit sich die große Masse das auch runterladen kann. Es hat endlich geklappt, das hochzuladen. Das hat ja sonst bei alten Versionen nie geklappt. Und jetzt ist die Version 1, 2, 1 dürfte es sein. Ich hoffe, das ist auch die aktuellste, die ich jetzt auch hochgeladen habe. Die könnt ihr dann spielen. Und wenn ihr Videos macht, sagt mir Bescheid. Ich unterstütze das Ganze sehr und werde euch auch einen Shoutout geben. Also, ich werde das Ganze auch auf Google Plus dann teilen, eure Folge, weil ich finde das sehr nett, wenn noch Videos von meinem Modpack gemacht werden. Da kann ich das selbst die Videos mir angucken. Das gefällt mir sehr und Bugs kann ich dann auch so mit identifizieren. Ja, hier, das ist die Henni und Auri-Welt. Darum sollte es nicht gehen. Ich rechne damit, dass es ein mehrteiliges Projekt wird, weil ich hatte geplant, an Halloween auch einen Livestream zu machen, wenn es denn geht. Aber an dem Tag bin ich längere Zeit weg und habe dann nicht mehr so viel Elander, noch einen mehrstündigen Livestream zu machen. Deswegen wird das Ganze im Vorhinein gemacht. Leicht im Vorhinein zumindest. Das nennen wir einfach mal das Halloween Special ohne Minus, weil wir keine Rechtschreibung haben. Na, okay, wir sind Rechtschreibfanatiker. Ähm, Custom Art Generation auf die Standardwerte, wie sie schon sind. Ein Hardcore-Projekt natürlich. Default, es gibt nichts anderes. Es ist mit Absicht so gelassen, damit es die bestmögliche Kompetibilität hat. Und da sagen wir einfach mal, Halloween ist auch mal lustig, den Sieg zu testen. Und es geht los. Wir sind in einer neuen Welt voller Gefahren und vor lauter Monstern, die einen ziemlich auf den Keks gehen wollen und vor allem einen töten wollen. Und somit kann das Projekt eigentlich auch relativ schnell vorbei sein. Wir gucken einfach mal. Er baut das Terrain. Benjamin Blümchen hier. Der kommt original, glaube ich, von Merlin. Gut, gucken wir mal. Es dauert ein bisschen länger wegen Custom Art Generation. Das ist immer so. Die Zeit habe ich im Blick. Ich bin gespannt. Und gleich geht's los, wie es aussieht. Ghasts and Golds. Gut, wir steigen ein in die Welt. Wir stellen sicher, dass auf dem Radar show Hostiles. Nein, wir wollen die Bösewichte nicht anzeigen. Gut. Take an Inventory. Die Mob Spawners aus. Die Micro Blocks aus. Dankeschön. Das reicht erstmal. Wir starten in einer neuen Welt. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Tin-Indikator. Hier ist nämlich hadar Oz drauf. Wir haben Müdigkeitsbalken. Die Bücher kennt man ja. Learning to Tinker natürlich auch wieder. Zwei kardierte Äpfel. Also einfach nur normaler Apfel. Und Fackeln. Das ist das Starting Inventory. Und die Sachen sind einfach nur wegen dem Texture Pack. Kardierter Apfel ist einfach normaler Apfel. Und hier haben wir Grape Vines aus Still Hungry. Und die sind sehr genial hier auf den Start. Denn da werden wir echt keinen Hunger haben. Weil die füllen echt enorm. Das glaubt man kann, wenn man hier mal guckt. Hier drauf geht. Das sind zwei... Ne, ich glaub es sind zwei Balken. Durch einfach ein paar Grapes. Und die wachsen überall fast. Was ist das denn hier? Dead Azure Bluids. Das sind einfach die Minecraft Blumen. Da vorne haben wir einen verrotteten Baum. Die verrotten. Das ist auch von... Von Reasonable Realism. Das ist eigentlich eine Hauptmodifikation. Und hier sind auch die Ancient Trees in einer geheimen Version drauf. Also das ist geheim, aber die ist, äh... Die ist, äh, inoffiziell. Aber für 1.7 immerhin. Weil die Big Trees, die wurden offiziell nur für 1.7.2 geupdatet. Und war ein bisschen, ähm... Bisschen buggy. Und wir haben anscheinend Glück. Wir haben sogar ein Pferd hier. Weil Pferde sind eigentlich fast das Wichtigste, was man haben kann. Hm. Wenn man nämlich reisen möchte. Weil so ist man schnell weg. Aber den Sattel dazu bekommen, das ist ein bisschen schwieriger. Aber noch wichtiger sind fast die Schafe, weil... Wir sie unbedingt für Betten brauchen. Und wir sehen schon rechts unten den Fatigue... Äh, die, den, den, äh, die Anzeige praktisch. Oh Mann. Und es dauert extrem lange, diesen Baum abzubauen. Auch schon mit bloßer Hand. So, Getting Wood immerhin. Wir brauchen definitiv Tools. Hier, die Bäume sind hier ganz hart. Macht auch Sinn. Wir machen erstmal Benchmarking. Und dann, äh, versuchen wir alles daran zu setzen mal. Was wir jetzt eigentlich auch schon können. Wir können jetzt, äh, schon unser, ein, ein, ein Schwert machen. Wow. So kann man's auch machen. Äh, haha, ach, was zur Hölle? Alter, was war das für ein Creeper? Das war so ein Doom- oder Deathcreeper. Vor allem, wo kam der her? Alter. Ja, gut. So kann man es machen, natürlich.